Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Fifa! 14! Ja, wir haben jetzt gerade keine Ahnung wie lange eine Pause gehabt, ich habe jetzt, glaube ich, gefühlt eine Stunde nicht geredet. Das meinst du, dass du jetzt eine Stunde aufgenommen hast, wenn dich weg war? Hä? Ne, ich habe eine Stunde nicht geredet, weil du weg warst. Ich habe einfach gar nichts gemacht, ich saß hier nur und habe gewartet. Eine Stunde. Ach so. Ja, Schamik, Köln findet man auch niemanden. Sicher? Ja. Sicher, sicher, sicher. Sicher, sicher, sicher. Sicher? Sicher. Du hast keine Ahnung, wir finden noch einen. Das ist jetzt noch, weil wir so lange weg waren. Das wissen die ja, ne? Ja, ja. Guck. Dammit. Arr. Risse. Horen. Risse. Oh, was war das für ein Schuss, ey? Das war ja voll der Schuss in den Ofen. Gegen PSW. Okay, jetzt bist du rot. Na ja, du bist blau. Das sind wir ja gewohnt von dir, ne? Diese Blau-Witze. Ja, Mann. Ja, rote Karte muss das geben. Ja, ich komme gerade gar nicht klar, ne? Ich fühle mich gerade so müde. Ich auch hier und wie rechts. Das wollte gerade. Boah, das war gut von Horen, dass er den quer passt da. Na gut, was könnten wir jetzt gerade noch so einfach hier reinwerfen in die Runde? Das letzte Spiel haben wir verloren? Ja, aber irgendwie relativ unverdient. Relativ? Ich habe damit nicht gerechnet. Warum hast du ihn nicht weggeschaut? Ich habe damit nicht gerechnet. Und wenn du mit etwas nicht rechnest, denkst du ja, ich passe einfach in die Mitte. Ja, du hättest ja sagen können, ich spiele zurück. Wie du es sonst auch immer gemacht hast. Das wird eine unserer schwersten Saisons, glaube ich, ey. Ja, aber warum spielst du den Flach? Oh, der war, der war, das war ein Laufpass, ey. Trotzdem hättest du hinten langen Spielen können. Den hättest du direkt spielen können. Den hättest du besser spielen können. Ja, lauf halt nach, komm, ich ja. Was denn? Was geht denn bei dir? Ich weiß, dass, wenn die Spieler nicht rangehen. Jetzt. Ist der so langsam, oder? Oder bist du das, wolltest du sagen, oder was? Oder ist das... Keine Ahnung, oder sind die anderen so schnell ein? Ich glaube, die anderen sind einfach so schnell. Basta. Zum Glück habe ich gerade deinen Schimpfwort zensiert. Schieß. Das ist Marot. Ich dachte, das wäre Helmöss. Ich dachte, unser Innenverteidiger ist vorhin im Sturm gewesen, Mann. Ich denke, ich bin ein, Mann. Ich bin ein, Mann. Ich bin ein, Mann. Ich bin ein, Mann. Alter, wir sind nicht fit, ne? Nein, wir sind gerade einfach müde, glaube ich. Wir reden ja nicht mal. Was hast du gerade eigentlich gemacht eine ganze Stunde? Meine Freundin hat angerufen. Okay. Soll ich dir das jetzt verzeihen? Oh, den hättest du spielen können. Danke. Hab ich eh. Komm mal, ich spiele wenigstens ab. Ich dachte, das war vorgelegt, oder? Ja. Nein, ich hab ja gespielt. Ja. Ne, echt jetzt? Ich dachte, du meinst mir vorgelegt, das war eine Torvorlage. Dazu wollte ich ja sagen dann. Du wolltest den Ball einfach mal wieder nicht haben, weißt du? So, komm, Helmes. Helmes! Okay, lecker. Da kannst du doch nicht mehr schießen, da kannst du doch schon spielen. Weißt du, der wartet, bis alle nachrücken, um dann einfach von irgendwo zu schießen, so. Warum wartest du da? Da hättest du auch direkt schießen können, ey. Ach, du. Ja, merkt man wirklich den Unterschied zu vorher. Voll viel geredet, ne? Ja, das ist echt so. Aber ich glaube, heute ist eh kein guter Aufnahmetag gewesen, schon den ganzen Tag habe ich das Gefühl. Ich habe heute gar nichts aufgenommen, zum Beispiel, weil ich wusste, dass heute kein guter Aufnahmetag ist. Ja, ich habe ja heute unser Dings aufgenommen, hier, Orakel, kack. Wobei ich ziemlich wenig gesprochen habe. Ja, irgendwie schon den ganzen Tag. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, so, ja, Tor, super, net Spaß. Schön. Darf? Ja, ich wollte abseits. Ich habe schon vorher gedrückt gehabt, der Ball war noch so weit weg. Okay. Oh. Scheiße, abseits. Wenigstens das, ey. Ja. Nee, ey, weil jetzt läuft gar nicht. Warum nimmst denn du nicht den Ball an? Oha. Alter. Zwei Schüsse, die genau gepasst haben, ey. Komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal ernst. Ja, jetzt machen wir ja. Jetzt machen wir. Ja, komm, mach weg. Drehen die voll am Rad gerade, oder was? Ja, spielt doch wenigstens jetzt auch mal ab. Alter, schon wieder. Läuft einfach davor. Okay, vielleicht doch nicht einfach, aber... Warum kann er den nicht direkt abspielen? Das ist so edel von uns. Den kriegst du! Ja, komm, das ist doch immer mal die andere Richtung gelaufen. Weil ich nicht mehr nachsprinten wollte, damit wir noch Power haben. Eigentlich ist PSW schon stärker einzuschätzen, ne? Nein. Niemals. Jetzt rennst du zurück, ne? Oh, hast du schon eine Halbzeit um? Ja. Lass mal lieben. Polsker Style. Das machen wir ja hier. Jetzt müssen wir mal gut spielen. Jetzt spiel bitte ganz gut. Und ab. Und Pässe spielen. Ja, beide. Oh, Patrick. Ja, das war ein Pass. Ja, spiel vernünftig. Mann. Alter. Oh, Junge. Komm. Heb. Schön. MS! Jetzt drehen wir durch. Jetzt drehen wir im Rad. Jetzt drehen wir im Rad. Boah, das war aber echt schön gesehen, ne? Da war ja auch von mir der Pass. Die denken gerade so, das war doch Adze. Upset. Patrick Upside Helmes. Aber ich wollte gerade spielen. Ja, genau. Das sah richtig Pro-Mann aus. Pro-Mann. Ja, lol. Ja, lol. Und, 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 und. So, komm. Wo ist denn der Ball jetzt hingeflogen? Ja, irgendwo hin. Ja, dann Tor, Mama. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht schon wieder zu irgendeinem Verteidiger. Wie heißen alle FREO? Warum heißen alle Spieler bei PSW FREO? Wurden alle gekauft. Hast du den Pass gesehen? Boah, ich dachte schon mal, macht Torn nichts. FREO hat's auch daneben geschossen. Da war ja kein Upside jetzt. What the fuck? Nein! Nein! Oh. Irgendwie ist unser Kampfgeist immer wieder so richtig sinnlos. Warum? Jetzt! Nein! Warum pfeift er nicht so fort? Locker in der Wiederholung haben die den Spieler einfach nach vorne geschoben. Genau. Cheater. Oha! Alter, was machen die für Tore, ey? Die ziehen einfach drauf und fertig. Das sind so richtige Tore wie von dir. Gegen mich. Ja, ist echt so. Das hättest du jetzt auch gemacht von da geschossen. Da hättest du gesagt, oh, was ein Tor, was ein Tor, was ein Tor. Da hättest du wieder gesungen, ich hab wieder ein Tor gemacht. Ich hab wieder ein Tor gemacht. Ich mach das wieder für dich. Passt doch gleich, du rennst immer da. Du rennst immer gleich. Weißt du, du kannst dich beschweren, aber selber spielst du nie. Sofort oder so. Spielst du sofort. Wohin? Wen hast du gesehen, Alter? Alter. 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 Bambumm. Spiel doch sofort. Danke. Schieß. Ja, bei dem wäre der wieder drin gewesen. Ja, ey. Was willst du machen? Leben und auch leben lassen. Boah. Alter, wir spielen so kacke gerade. Nein. Zwei mal die selben Tore. Oh yeah. What the fuck, Mann. Immer die selben Tore irgendwie. Kann das sein? Lupfer sind so OP momentan bei FIFA. Das Beste wäre, wenn die jetzt einfach lieben. So, ey, dann mach mir doch nicht mit hier. Ja. Mach dir so voll die kack Tore. Ich wollte eigentlich versuchen, dass du in die Mitte kommst. Leul, wieso legst du den Ball so weit immer vor? Ja, die schießen sich an, aber bleiben am Ball, ne? Jolo. War es Lupfer? Ja. Stellt auf sehr offensiv. Okay. Mann, wenn die Annahme nicht so lange gedauert hätte. Nein, ich glaube, du hättest ihn einfach nicht hochspielen dürfen. Nee. Oh oh. Oh oh, Popo. Haben wir? Nee, sie. Schön. Das war es jetzt gewesen, ey. Ey, Popo war am Abseits. Uh. Boah, Junge. Oi, 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 oi. Da, der Rot hier. Naja, glaube ich nicht. Wilhelms. Wollte ich auch gerade sein wie Wilhelms. Warum soll ich die jetzt wieder schießen, weißt du? Weil es gar nicht so schlecht war. Was sollst du jetzt? Nee, scheiße. Lol. Schön, der Hörner. Oh, das war sehr schön. Oh, nein. Wie, was war ich? 30. Minute. Alter, das war ein richtig schöner Konter. Haben wir eigentlich gerade die ganze Zeit geredet, die zweite Halbzeit? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nichts gesagt bis gerade. Kann doch sein. Jo. Oh. Fuck. Alter, wenn jetzt noch das Tor fällt, ich drehe durch. Weg, weg, weg. Ja. Yes. Wir haben einen Punkt. Waren wir 3-0 hinten? Nee, 2-0 und 3-1. Achso, okay. Glaube ich. Alles Helmes. Alles Helmes. Alles Helmes. Alles mit Patrick, ey. Geil. 9,8 Bewertung. Ja, dann war es das auch für heute. Wir haben gerade noch einen Punkt. Ja. Drei Spiele haben wir jetzt noch. Wir müssen noch zwei Punkte machen. Damit wir aufsteigen. Für den Aufstieg. Und fünf, damit wir die Saison haben. Das heißt, zwei Siegel, dann sind wir schon da, wo wir sein wollten. Genau, so ist es. Nämlich ganz oben. Genau. Was für Gegner wird gesucht? Ich such keinen Gegner. Da steht Gegner wird gesucht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.